Oh ja, Timo. Also wenn ich mal damals überlege, das Franchise war wiesig, ne? Das ist mit Ghostbusters zusammen in die Zeichentricks-Serie. Die haben so viele Millionen damit, glaube ich, gemacht. Ja, ich drück doch. Hallo? Oh, Mann. Das fängt wieder ja ein Super-Nintendo-Teil an. Oh, das ist die japanische Version. Ne. Ich glaube, das ist ein wilder Mix aus allem. Hier hast du auch mehr Kampftechniken. Kommt ihr denn, Alea? Ja. Ja. Das war's für heute. Hm. Boah, schade, Johannes. Ja, also damals halt, ne? Die Technik noch. Aber ich glaub, mit 16-Bit hättest du auch nicht viel ändern können, ne? Guckt euch da mal Star Fox an. Das erste 3D-Spiel auf dem Super Nintendo. Gab's da in der Runde höchstens 40 Polygone? Aber es war gut. Wobei das ganze Game war ja wirklich nicht 3D, ne? Das war die Pizza. Da kommt bestimmt ein Boss. Oh, okay. Da kann man auch. Boah, der hört sich ja wie Mickey Maus, oder? Vielleicht auch nicht. Übel, oder? Das ist auf jeden Fall ein Lied aus dem Super Nintendo-Game. Wie die das alles so recycelt haben in einem neues Game, ne? Allein diese Szene. Affe. Komm her. Du bist auch ein Affe. Du bist jetzt. Komm her. Du bist auchig. Du bist auchig. Hier reagiert er auch mit dem Tritt nach hinten viel, viel schneller. Wow! Ah, guck mal. Die Lieferung ist da. Ich glaube, 14 Spiele sind das, Sigi. Von Gameboy bis Super Nintendo. Also umtreten, ja. Affe! Oh, da gibt's keine Bosse, ne? Das ist ja witzig gemacht. Ich glaube, die Collection kostet irgendwann um die 30, ne? 30 oder 39, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Kommt doch mal her, ihr Affen. Oh, kommen die immer zu dritt hoch? Supercrawler. Alles dieselben Gegner. Das ist schön, dass die da runter schwimmen, aber ich auf dem Wasser laufe, ne? Ja, macht mal ruhig hier. Macht Party. Oh. Oha. Wer bist du denn? Das ist 1 zu 1, das ist über ein Nintendo-Spiel. Oh. Oh, die Explosion ist auch viel schöner animiert. Gott, mein Gott. Wer cheatet denn hier, Alex? Wir doch nicht. Was war das? Ey. Das ist schon wieder. Oh, shit. Oh, zwei verpasst. Jetzt kommt mal ein Parcours hier. Oh, das war knapp. Oh, das war nicht knapp. Vor allem ist es schön, dass wir auf dem Deck draufbleiben hier, ne? Ey. Das ist mal gut hier. Und Frontalangriffen. Das ist keine Pizza. Oh, ihr seid aff. Wer hat sich denn die Story bitte ausgedacht? Sind wir jetzt hier Piraten-Schiff oder was? IN CARA attain 도 BOOM! Der platz! BOOM! 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 Was ist das? Tschüss, Mann. Ach, Mann. Vielleicht ist er hochgelaufen. Sogar ein beweglicher Hintergrund. Ich weiß, ihr seid ja schon gewohnt aus der heutigen Zeit. Aber damals war das nicht normal. Komm her. Oha. Toll. Ja, ja, ja. Das Schimtee more. Ich komme jetzt einfach so weg. Das wird zu gefährlich, die Rufexperten hier. Oha, also die Ätzend, ne? Ja, also ich würde sagen, alle, die so auf die alten Spiele stehen, ne? Ey. Auf jeden Fall Kaufempfehlung. Was ist das denn? Dazu müsste sie auch die alte Optik haben wollen, ne? Ich kriegt nicht mehr. Die Killshock!